Hi, ich bin Henning. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen Popsong für Schülerinnen und Schüler arrangieren könnt. Dafür habe ich als Beispiel einen Popsong komponiert. Normalerweise wird die Melodie in Popsongs gesungen. Sie kann aber auch, wie in diesem Arrangement, von Melodie-Instrumenten gespielt werden. Kennen Schülerinnen und Schüler den Popsong, fallen ihnen auch komplexere Rhythmen und Melodien deutlich leichter. Die harmonische Struktur ist in den meisten Popsongs nicht sehr komplex und besteht nur aus wenigen Akkorden. Jetzt seid ihr dran, sucht euch einen Popsong raus und arrangiert ihn für eure Klasse.